Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter in der Stein der Reisen. Wir sind schon sehr nah am Ende des Spiels. Wir müssen... Da steht... Ach, hier oben. Vögel! Tausend Vögel! Sie werden uns möglicherweise angreifen, wenn wir versuchen, einen Raum zu durchqueren. Das sind keine Vögel. Das sind geflügelte Schlüssel. Und was macht man mit geflügelten Schlüsseln? Richtig, man fängt sie ein. Verschlossen. Einer dieser Schlüssel muss in dieses Schloss passen. Bei welcher? Der da ganz oben. Sieht anders aus als die anderen. Meinst du den goldenen, der zwischen all den Silbern fliegt? Ja, genau den. Vielleicht können wir mit ihm die Tür öffnen. Du solltest nach oben fliegen und ihn holen. Sonst kommen wir nie durch diese Tür. Ich habe aber mein Besen nicht dabei. Ne, meinen! Es ist zwar nur ein Besen für Anfänger, aber wir haben keine andere Wahl. Du bekommst Komet 260. Warum hat der sein Besen dabei? Ach ja. Stimmt, das ging ein bisschen anders. Ich muss hier... Oh, verdammt. Das war doch ein bisschen schwerer. Nein. 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 Okay. Okay, okay. Das ist doch ein bisschen schwerer, als ich... ...als ich in Erinnerung... ...habe! Okay, okay, okay. Ja, nein, nein, nein. Ja, 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 nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, fast. Halbwegs. So ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. So ist nein. Ja. Ja, fast. Fast. Ja, ja. Komm, komm, du schaffst es. Hui. Hui, ich glaube an dich. Da oben. Hier oben. Unten, unten, unter dir. Ich hab den Schlüssel. Lasst uns gehen. Oh, ja, Schach. Schach ist immer toll. Schachfiguren, die sind aber riesig. Die meisten von ihnen stehen nicht auf dem Schachbrett. Das sieht mir eher nach einer Falle, als nach einem einfachen Schachspiel aus. Diese Schachfiguren sind groß genug, mich immer zu verletzen. Achte auf die Quilligen, sie ist die mächtigste von allen. Oh, ich muss kämpfen. Okay, Flipendo, nein. Emilius? Nein. Ihr wenigstens trainiert im Zauberspruch. Scheiße, was macht ihr denn schon? Emilius, Tria? Flipendo, Tria? Äh, Eugenius, du? Ach, du heiliger. Incendio? Komm runter, 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 runter. Ich bin glatt im Neviose. Ich bin aufgeschmissen. Oh, heilige, guck durch das Mann. Oh, fuck. Okay, okay. Das ist doch ein bisschen doof jetzt. Vermilus, Tria. Und nochmal, Vermilus, Tria. Oh, nein, nicht als oft. Oh, ja, Leute, das wird jetzt ein bisschen doof, wenn ich das jetzt mal alles wieder machen muss. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Passt auf, ähm, wir machen das jetzt anders. Ähm. Was sollst du das hier entgreifen? Jetzt bist du gleich wieder tot. Wir machen das anders, wenn ich diese Teufelsschlinge besiegt habe. Falls ich die denn gerade lebend besiege, was ziemlich... Also, was nicht danach aussieht. Ja, doch. Dann werde ich schneiden und, ja. Ich fahr' noch sehr oft sterben, wahrscheinlich. Also, das wird... Oder so. Nein, ich schneide jetzt erst mal nicht. Noch nicht. Noch haben wir es nicht tausendmal gesehen. Noch haben wir es erst zwei Mal gesehen. Das ist jetzt falsch auch so. Okay, ich hab' mein Level ab. Das heißt, ich werd' gleich wieder sterben. Oh mein Gott. Sterbt ihr? Komm, die Arbeitskleidung. Ich kann hier ein bisschen leveln, stimmt ja. Wuhu. Oder sterben. Ist auch gut. Und noch mal, Leute. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Okay, runter. Runter, Incendio. Zauberspruch. Nein, ich lern's nicht. Zauberspruch. Incendio. Zauberspruch. Incendio. Oh Gott. Zauberspruch. Incendio. Wuhu. Das ist ja jetzt so viel Neues. Das ist unglaublich. Ich sollte den hier bei denen nehmen. Dann trainiere ich den gleich mit. Incendio. Und runter, runter, runter. Incendio. Nein, ich hab' Flipendo. Bitte ein Incendio. Ja, sehr schön. Na, ich probiere uns gegen die Fledermuschen zu kämpfen. Oh, jetzt sagt bitte nicht, ich muss das nochmal machen. Bitte nicht. Oh nein. Oh. Oh, ich will das nicht nochmal machen. Das war so dumm. Ah, ich kann das nicht. Ja, haut mich alle noch weiter runter. Ja, ja. Das ist ja auch so fair. Ich kann mich jetzt auch so gut dagegen lenken, ne? Hm. War das auch hier so ein bisschen cheating? Oh nein. Oh nein. Harry. Nein, nein. Harry. Nein, nein, nein. Knick ist, du bist oben. Knick ist, du gehst da nicht nochmal runter. Du gehst jetzt nicht bis hin und gehst hier zum Schachbrett. Und überlegst mal, wer ich jetzt so bespuckt, dich retten könnte. Was ist der da? Wer ist da mit? Ach, du Heiliger. Der Dillmeos Ruhe bringt nicht viel. Wer dem das Bier auch? Ach, du Heiliger. Tria. Tria. Ich überlebe das. Ich schaffe das. Verdammt. Würdest du bitte sterben? Danke. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Erfahrung? Oh nein, noch einer. Tria? Das ist ein Turm. Das könnte viel böse enden. Tria. Komm runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Tria. Mit dem Tria geht das. Die haben nur eine ziemlich arge... Äh, hier. Die haben nur eine ziemlich arge Verteidigung. So, die Rue sollte reichen. Optimum Hut. Oh Gott. Das Aufhörig. Oh nein. Ja, und noch der letzte. Okay, das schaffe ich. Ich schaffe das. Ich glaube an. Ach du. Nein. Wieso nicht? Flipendo. Flipendo Tria. Flipendo Tria. Flipendo Tria. Flipendo Tria. Flipendo Tria. Okay, das geht doch ziemlich gut. Gerade. Flipendo Tria. Flipendo Tria. Komm schon. Wie geht es, Ron? Ich glaube, er ist so weit in Ordnung. Aber er scheint bewusstlos zu sein. Wir können jetzt nicht auf ihn warten. Hier kann nichts mehr geschehen. Komm, wir gehen in den nächsten Raum. Okay, Moment. Gut. Aufsetzen. Okay. Ich habe jetzt. So. So. Mehr Ausrüstung habe ich jetzt nicht. Jetzt kommt der schon. Ein Troll liegt schon wieder. Hab keinen Angst. Ich glaube, er ist schon k.o. Sieh dir nur die Beule auf seinem Kopf an. Die Beule ist nicht das Einzige, was in deinem Kopf eklig aussieht. Ja, du bist ja wieder in der Termine. Hier war, glaube ich, irgendwo eine Karte. Oder täusche ich mich? Ich täusche mich. Okay. Nein, da war irgendwas anderes am Troll. Mhh, lecker. Was machen wir jetzt? Hickritsack ist verschiedener Professoren für den Schutz des Steinsbesorgern. Sprott war sicher für das Teufelskort zu schümmen. Blickblick hat die Schlüssel verzaubert. McGonnickel hat die Schachfiguren verwandelt. Als nächstes trefft mir wahrscheinlich auf Snape sie ein. Ich wette, wir müssen einen Zaubertrank zubereiten. Wofür soll das gut sein? Keine Ahnung. Vielleicht ist der Zaubertrank verfeiert. Wir müssen es herausfinden. Wenn ich die richtige Kombination aus Kästen und Zutaten aus dem Zaubertrank aufkomme, zur Verfügung drücke, Control-Pit aufmachen, außer zu treffen. Ja. Ja, okay. Ja, ja, ich, ich hab's verstanden. Ich werd's schon verstehen. Danke. Oh, oh mein, oh nein. Das war die Scheiße. Okay. Das. Mit dem, mit dem. Nur eins richtig, okay. Okay, anders. Das. Das. Mit. Äh. Oh Gott. Oh mein. Okay, dann nehmen wir das hier, das da, das und das. Nummer eins ist richtig, okay. Okay, wenn davon eins richtig ist und da oben war eins richtig, dann haben wir... Okay, Moment. Nehmen wir mal die Baumschlangenhaut, war richtig. Und da oben das Rohr. Und dann das hier und das. Nein, die Käfer umhauen, das sicher nicht. Oder? Und was, hier vielleicht das Pulver? Hier der Stein. Und der Kessel? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wieder nur eins richtig. Okay. Warte, dann war es vielleicht diesmal... Dann war es vielleicht der Kessel? Nein, ich glaube, es war der Kessel. Und das Ding. Ich glaube, die zwei haben bestimmt. Hier die Palme und hier das da. Verdammt! Ich war noch nie gut im Losdenken. Ob ich den Kessel nicht ausfüllen habe? Habe ich davon nochmals noch nicht ausprobiert? Das habe ich, das habe ich, das. Oh nein, schon wieder nur eins richtig. Da oben war noch zwei richtig. Okay. Nein, da war nur eins richtig. Hm, das ist voran. Okay, ich nehme jetzt den Kessel. Und das haben wir genug. Und ich nehme das. Da oben waren zwei richtig, aber da waren wieder nur eins richtig. Also das muss doch in mir die Schlangenhaut oder die Käferungen sein, aber... Die Schlangenhaut wird da und das in die Käferungen. Okay. Schlangenhaut. Okay, anders. Wo mir das so? Käfer-Augen-Schlangenhaut. Okay, dann bin ich jetzt sicher die Schlangenhaut. Das ist... Und hier das Horn. Nein. Hier das... Das... Ich habe keine Ahnung. Pff. Ne, das ist zwei Sachen richtig. Ich plädiere auf... Ich plädiere auf... Und dem, dem hier... Oh, das ist die Schlangenhaut oder so. Hä? Ich plädiere hier rauf, hier rauf und hier rauf. Jetzt ist wieder nur eins richtig. Okay. Dann also Schlangenhaut. Und das dann. Ich bin sehr nah dran. Das ist nun die Frage. Ich nehme sofort das da. Nein, der große Kessel war recht. Ach du Schimm. Oh, nee. Ach, Leute. Ähm, ja. Wir sehen uns. Das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.